. Mit Eis und Feuer! Extreme Bouti-Tricks bei Steffi Giesinger. Wer auf eine Bouti-Routine a mit Gravis La Stefanie Giesinger setzen will, muss ganz schön hart im Nehmen sein. Die schöne Ex-GNTM-Siegerin geht für Schönheit und Gesundheit völlig an ihre Grenzen. Via Instagram-Story ließ sie ihre Fans jetzt an einer wahren Eis- und Feuertherapie teilhaben. Erst traute sich die 21-Jährige in eine Kältetonne, wo sie bei mehr als minus 150 Grad Celsius nahezu Schock gefroren wurde. . Danach ging es mit einer Ohrenkerze dem Dreck im Hörorgan an den Kragen. . 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